Wo ist der andere? Kannst du markieren? Krieg mal offen, markier den mal! Pink, hinter so'n Bastard-Baum, stimmt was, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin da hochgepusht und direkt direkt im Zelt, los, Typ. Platten weg im Zelt, Lock im Zelt. Platten weg, hinter das Zelt. In das Zelt. Downs. Ey, ich hab noch keinen Ahnung, was ich gemacht habe. Wo denn? Der ist tot. Team Wipe. Zwei Knock. Boah. Da sind doch welche drinne bei dir, Leute. Aus, wo wir auch weiter sind, ja. Der ist oben drauf, ich sag's dir. Sie kommt pushen! Hm. Ja, der hat runtergestroben. Von links war auch noch einer. Das ist halt frech. Da unten ist einer, da unten ist direkt vor dir einer. Ist direkt vor dir einer. Das ist auch noch mehr. Wenn der jetzt keinen Zeitrevive hat, dann... Das ist auch noch mehr. Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Im Zelt drin. Norden Zelt. Kilkorps im Zelt. Am Anfang zwar gesagt, das muss ich sein. Ein Zeltsetzer, glaub ich, oder? Im Zelt hab ich gehört. Alle down. Und besser rechts. Oder? Baba. Baba. Nein, nicht Baba. Das Nachladen. Der war genug. Schon weggemacht. Hinter dir, hinter dir ist hier. Down. Noch einer hinter mir. Hast du ihn? Nein. Letzter Verschnitt. Hast du ihn? Letzter Verschnitt. Hat ihn? Zwei noch, ne? Hä? Ich glaube, der ist oben am C4 down gegangen, oder? Hast du C4er geschmissen? Boah, das war ganz schön knapp.